Wir bauen hinter dem Bogen dahinten. Das ist das Kube, wo der Deneer abgetagt hat. Wo? An vielen anderen Tagen, wo Cäsar nicht ermordet worden ist. Das war der Kieger. Davor ist der Septimus Siderus-Bogen, wo der Deneer ausgeführt hat. Es ist einfach kein Glück für die Feind der Datenpreise, der nicht so lange reagiert hat. Hier sind meine Reste vom...